Hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde, äh, Bittelfield 3. Ähm, meine Stimme dürfte ein wenig verkackt sein, weil ich die letzten Tage ein wenig... Jo, na komm, fick dich. Ähm, okay, ja, weil ich die letzten Tage nicht krank war, aber ich hab jetzt einfach Lust ein bisschen zu labern. Mokade sind sonst nix. Komm, kriegen wir, kriegen wir. Auch, wenn wir irgendwie das bekommen. Das ist ja fies. So, gucken wir mal. Ja, ich versuche meine Stimme ein wenig im Gleichgewicht zu halten und dann will ich die Wörter zu betonen, da ich mich, glaube ich, extrem... Scheiß anhöre. So, komm, da ist einer. Komm schon. Yeah. Oh, ein Flair ist aktiviert. Ich werde sowieso verreckt. Scheiße. Oh, oh, man. Das nervt mich auf den Capture Deflect-Karten immer so ein bisschen, dass, äh, man da zwar bis in den Spawn von den Giener rein kann, was ich persönlich trotzdem scheiße finde. Ähm, aber, dass man auch gleichzeitig, ähm, sozusagen, 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 äh, halt nicht mit den Helis irgendwie auf seinem Map fliegen kann, ja? Oder mit dem Jet, äh, na gut, jetzt gibt's hier nicht. Aber es ist halt eigentlich normalerweise gang und gäbe, ja? So, komm. Okay, wir haben hier noch mal einen Garten. So, ich spiele dich mal... Kana. Ja. Ja. Na? Na, meine halte ich hier hier die Stellung. Du guck mich so. Da ist eine Kugel im Kopf. Ich habe ganz ehrlich, ich habe Bock auf den Spaß. Komm her, ja. So. Genau. Und wir haben, ich habe die Igler. Und wie niemand auf den Surfers irgendwie Igles hat, die haben alle irgendwie nie einen, gegen den ganzen, so ein James haben wir. Aber da kommen immer dann die, die Helis kommen immer ganz gut weg. Und das möchte ich natürlich als außergewöhnlicher Spieler ein wenig verhindern. Ja, parkt. Was ist denn los? Ich war doch gerade im... LOL! Wo war der denn? Hinter mir hätte ich noch gesehen, weil er sich gekämpft hat, weil ich wette. Hm, ich schieß. Alles klar. Ja, ich mache das Handy aus. Und das lenkt immer so ein bisschen ab. Pionier. Aufklärer. 708. B-Hubschrauber. Interessiert uns aber gar nicht. JNG. Ach, ich habe mit zwei Kills oder so gemacht. Ne. Das war der Grund, warum ich mich aufgenommen habe. Das hat mich gerade mega geärgert. Und zwar habe ich gerade eben einen Triple Headshot hingelegt mit nur einem einzigen Schuss mit Schalldämpfer draus. Ich habe wirklich gerade drei Leute, die hintereinander standen. Also auf einmal habe ich einen Triple Headshot gegeben. Boah, meine Stimme hört hier richtig gut an. So, aber dann werde ich ab jetzt einfach mal... Oh nein, nicht beenden. Dann werde ich ab jetzt einfach mal so reden. So richtig überspitzt und überdonnt und überspitzt war sogar das falsche Wort. Ja, das kann ein toller Abend werden. Alkohol. Ja. Also da seht ihr das, ich kann nicht allzu hoch gehen mit der Stimme. auch im Mittelbereich ist recht mau und ja. Mit dem Tiefenbereich, da komme ich eigentlich ganz gut hin. Ja. So. Nein. Du Spack. Warte. Genau. So muss das sein. Kann ich ihn sogar reparieren. So. Rum rum. Na los mein Freund, bewege dich ein wenig. Oh. Oh, Freund Nick. Bye bye Baby. So. Dann haben wir jetzt mal diesen wunderschönen, wunderschönen Jeep mit dem großen... Wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen ärgere, dass es das Ding nicht auch im Normal gibt, weil das ist einfach geil. Wirklich. Oh. 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 Uh. Fuck. Scheiße, ich roll jetzt hier weiter. Bitch, please. You are not getting in my way, Monsieur. wo sind sie denn welche alter ja gut da hätte man wissen können jetzt wo ist jetzt anreli ich bin raus und auch ganz fies von der seite alter das lustige an der ganzen sache ist gestern war meine stimme eigentlich wieder wunderbar und super drauf und es hat sich wieder mega cool gefreut nur heute ist wieder mega lala übrigens wer von euch so ein richtiger battlefield ist der kann sich bei spiegel tipps anmelden für ein gewinnspiel dabei kann man in high end battlefield 3 pc gewinnen ein turtle wie scherz 3 oder so und ein ganzes wochenende was natürlich von ihr gesponsert wird der ea hat ja die kohle sim city und so sag ich jetzt mal nur und die sponsern das dann gibt es geht auch wenn die battlefield academy ob das ist bis zum fünften mai also wer das jetzt hört nach dem video der ist jetzt sowieso draußen scheiße gerade jetzt habe ich einen jäbelin dabei was los na komm demnigen krieg ich doch nicht wo ich nur 200 schuss und dann kann ich ihn rausneiden alter na klar scheiße ja genau fliegt das scheiß der auch noch da direkt zwischen und geht ach komm so kurz auf mutter gedrückt weil das wusste das muss ich keine antun das möchte ich auch keinem antun weil das ist ehrlich gesagt war war es das ganz ehrlich wo sind jetzt eigentlich fein wie das motorrad das sieht mega gut aus kann man ja alter probiert er denn da so lange na los geht auch so und auf geht's gas reingelegt und dann jetzt über die hügel nicht über den hügel nein oh wie geil ich bin so mega braun ja nein komm schon komm schon komm schon kriegst du hin ja alter letzte sekunde was macht denn jeder was fabrizier denn ruhig gar nicht lang motorrad ich drück grad die wehtasse durch es macht nichts was wird hier los ah jetzt so alles klar keine ahnung was mit den dirtbikes los ist auf alle fälle sind die dinge an sich echt mega am arsch ja genau da haben sie alle gewartet da kommen sie alle um die ecke hier kleinen scheißnoobs die mine habe ich ja noch im gang alter aber ich meine da hängt ein ganze team hinterher so komm mal her dann nehmen wir mal nicht die jng mit schalldämpfer weil das bringt nichts wir nehmen einfach eigentlich müssen wir gar nichts drauf nehmen so jetzt möchte ich auch ganz gerne auf dem ding bleiben pickst du dich jetzt mal ich möchte auf dem kran auf den kran das ist ja eine echte kunst hier ich verfehle doch ich verfehle doch war klar nein ach komm leckt mir die eier shit na gut komm dann setze ich mich einfach irgendwo auf den berg und kauere mir die cojones und dann geht das los also ich bin eigentlich echt schlechter sniper weiß ich kann gar nichts aber manchmal habe ich erschlack so kommen wir hier ja los besuchen wir jetzt auch gleich mal den hügel hier aus und dann setze ich mich hier hin mach das scheiße oh wie schlecht kann man sein lol oh 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 aber jetzt weiß er wo ich bin das dürfte an sich nicht allzu lange dauern bis das alle wissen ich meine so schwer ist das nicht oh fuck alter genau also ich habe ihm voll den headshot gegeben oh deine mutter alter okay da war jetzt klar aber da wohin kommt sehe ich was auf der map ich glaube ich kann nicht allzu viel gegen die tun weil irgendjemand hier mit dem schnell feuergewehr angelaufen kommt dann sorry aber no alter trifft ihn ja nicht maul ist nicht wollte der grad was von mir der sah nämlich so aus ja junge muss aber mal gut komm her hier ich hätte eigentlich auf die entfernung mit dem 12er visier das ist eigentlich so lächerlich ich weiß dass der da drin ist ich weiß dass der da drin ist nix aus der bleib was was tot oh scheiße soviel da du ich seh die der minimap ah komm muss doch irgendwann mal sein weil ganz ehrlich weißt ja wenn irgend so ein Noob direkt vor eurer Basis hockt und bei dem 12er ballistischen Visier irgendwann da wirst du auf den aufmerksam det is nunmal so 甘y spoinär mal bevor die mich noch irgendwie krass entdecken Oh, jetzt haben wir gepunktet. Jetzt haben wir gepunktet, Alter. Das ist ja richtig gut. Hilfe. Und der kommt hier hin. Mach mal hin. Mach mal hin. Junge. Geht doch. So, hier haben wir einen richtig niceen Sniper-Place. Oha, da ist einer. Ich glaube, der spart nicht. Oh, Alter, macht ihr den ja gerade? Mach's zur Hölle, macht der. Ich weiß es nicht. Wusch! Was ist da los, Alter? So, komm, Alter, ich fiss euch jetzt. Ihr kleinen Haribo-Vergewaltiger. Jaum, 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 komm mal hin. Was mir eigentlich so ein bisschen fehlt bei Battlefield, dass man auch dich an Arma extrem gern. Kuh und E rollen. Was ist mit dem los? Lol. Lol, genau. Er rollt, rutscht die Gegend. Fuck, oder was? Aber hier ist irgendwie voll die Scheißposition, die sehe ich gerade, weil ich treffe ja nichts. Na gut, komm her. Jetzt werden sie wissen, wo ich bin. Fuck you. Hab ich den gerade gegillt? Weiß ich gar nicht. Don't even. Fing gebordert. Na gut, ging noch. Sobald da jetzt einer spawnt, Alter, bin ich drin. Hoffe ich doch. Naja gut, sagen wir uns mal so. Ich hoffe es. Ach, das braucht irgendwie was. Komm, mach mal hinne. Mach doch mal hinne. Sorge mal. Alter. Na los. Oh yeah, Alter. Ach ja, die geklaut. So muss das sein. So, nicht anders, Alter, so nicht anders. So, drehen wir uns mal ganz kurz. Und jetzt kommt halt der Frontal hier. Oh, sola. Ja, genau, Alter. Ich hab die Fäste abgeschossen, ihr Spasten. Oh, fuck, halt. Ich muss nur planen. Und ich bin natürlich Sniper. Aber natürlich. Ich bin ja Sniper. Ach, fickt euch. Komm, lass mal nachladen. Oh, das war so schön. Wir haben mal eingekillt. Da bist du. Ey, wo gehst du denn hin? Bruce! Oh, scheiße. Hilfe. Oh mein Gott, sind sie nicht mehr her? Da ist lieber nach, Alter. Wie ist die denn? Da. Alter, was war das denn gerade? Alter! Seht ihr? Das meine ich mit Amy. So, komm. Ins Bein. So, dann hab ich da noch mein Spawn Beacon. Und dann wird jetzt wieder heute hier die Reden-Base-Geraped. Oh, fuck you. Meine Mama, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ey, komm, ich hab's auch geschafft. Naja, jetzt geht's nicht mehr. Scheiße. Tja, ja. So ist das Leben. Okay, weiter komm ich nicht. Muss ich die Zone machen? Ne, den krieg ich nicht so. Beim besten Willen. Oh, fuck, Alter. Dammit. Aber, so kann's kommen. Mengenst das Kurze, um mal nach Spawn, ey. So. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Geschenke verteilen. Ist ja bald wieder weit. Nein, Spaß. Ist Spaß, Mensch. Mach mal jetzt kein Aufriss, ey. So, komm mal her, hier. Da wird jetzt erstmal Präsens gedroppt, hier. Komm mal her. So. Und so. Und jetzt komm her. Ja, Alter, genau, Alter. Laufstein, die MG36. Ja, natürlich. Soll ich fahren irgendwie meine Minein, Alter. Mehr will ich gar nicht. Mehr ist mir nicht vergönnt. Denke ich mal. So, komm. Ja, komm. Laber nicht für den Panzer rein. Ne, Arschloch. Alter, was ist hier los? Ja. Am Arsch, Alter. Am Arsch. Von wegen mit der Mine. Natürlich. Komm, Alter. Ich bin da drin gespawnt und gestorben. Oh, Alter. Ich werde dir das blaue Schlumpf-Wixer am Arsch. Penetrierter Hundesohn. Ey, sag mal. Soll nicht. Soll nicht. Das ist cool, aber was. Blah. Hier war doch irgendwo einer, Alter. Was schon. Hölle schon hier los. Ich war doch, dass ich hier singen gelandet bin. Ich bin wirklich echt unsterblich. Soll ich mich nicht mehr so machen. Ich bin wirklich echt unsterblich. Ich bin wirklich schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020